Ja, ja, ein herrlicher Anblick. Das ist mein Lieblingsladen. Hey, ich geh jetzt da rein und besorg mir ein feines Likörchen. Tüßt du da rüber und hol ein paar Paprika-Chips. Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin hier bei TobiTV und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht's heute mal auf den Solinger Weihnachtsmarkt, der in den letzten Jahren irgendwie immer kleiner geworden ist. Ja, moin, aber ich dachte, ich werd euch den trotzdem einfach mal zeigen. Einfach ein bisschen was da filmen, Glühwein trinken. Ja, viel kann man da leider nicht machen, aber ich hab ja gesagt, ich werd so alles mitnehmen am Weihnachtsmärkten dieses Jahr und das in Videos packen. Ja, ich würd einfach mal sagen, viel Spaß beim heutigen Video. Auf geht's, Leute. Ja, wie schon gesagt, der Solinger Weihnachtsmarkt ist ja mittlerweile ziemlich klein geworden. Ich geh jetzt auch noch einen Glühwein trinken, aber ich dachte, ich film euch den einfach nochmal von oben. Also, das ist mittlerweile alles. Im Grunde genommen, da ist eine Fressbude, da ist ein Glühweinstand. Aus was anderem besteht der Weihnachtsmarkt eigentlich gar nicht mehr. Das ist echt traurig geworden, muss man sagen, aber das ist nun mal so, ne? Naja, was willst du machen? Ich geh jetzt einen Glühwein trinken, Leute. So, Leute, ich hab mir jetzt erstmal einen Glühwein geholt. Wollte ich auf jeden Fall gönnen, aber wegen der Mucke musste ich mal ein bisschen abseits gehen. Wie gesagt, ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen Glühwein und gleich geh ich noch irgendwas essen, Leute. Läuft. So, Leute, hab mich jetzt mal ein bisschen von der Musik weggesetzt und hab mir gerade einen Crepe mit Nutella geholt. Wir sagen, den probier ich einfach mal ein Crepe mit Nutella von Solinger Weihnachtsmarkt. Schmeckt auf jeden Fall mega neu. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich esse jetzt eben auf und gleich kommt noch ein Zuschauer eventuell. Also, ich bin noch was hier, ne? Und würde ich sagen, bis später, Leute. So, Leute, jetzt ist noch ein Zuschauer da. Der wollte mal ein paar Leute grüßen, hab ich gehört. Ja, ich wollte einmal den Sommer grüßen. Den Vincent Lule und Luca Haas und Mike Pesic. Der ist da in Kolumbien, der ist da Ehremann. Ja, seid gegrüßt, Leute. Und ich werde jetzt so langsam mal nach Hause gehen, weil es ein bisschen kalt, ne? Na ja, und der Solinger Weihnachtsmarkt war ja eh nicht so toll, Leute. Na ja, macht mal nix. Ja, moin. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. War mega kalt. Ja, Weihnachtsmarkt, na ja. Braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich meine, ihr habt es auch gesehen. Und nur einen Zuschauer getroffen. War auf jeden Fall cool. Und ich würde sagen, das war es dann auch vom heutigen Video. Ich werde das Video jetzt schneiden. Dann sage ich einfach mal, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Und tschüss. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute.